Ich muss Schutz suchen. Okay, finde einen Unterschlupf. Ja, bin ich sehr dafür. Ah, okay. Ein ziemlicher Sturz, ja. Überlieben ist die Lippen. Ich muss mich bewegen. So wirklich ein Ziel habe ich hier nicht, aber ich glaube, also, Zieloptionen haben wir auch nicht. Das ist gut hier noch. Ja, jetzt lasse ich so rutsche, rutsche ich jetzt wieder da runter. Altes Camp ist gut. Komm, Lagerfeuer. Ja. Schauen wir uns die Materialien vorher für Unterschlupf. Okay, sind wir bestimmt hier so. Ach, liegt alles da drüben. Okay, das könnte gehen. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Ich glaube, einen einstecken brauchen wir noch. Ist auch so cool gemacht. Der ist nicht einfach nur so, ah, klick, 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 eingesammelt. Ich habe kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas Nützliches. Hm, nicht gut. Zurück zum Camp. Okay, ich habe einen Fähigkeiten. Ich glaube, ich würde den gerne in ein Anti-Wolf-Spray investieren. Wenn ich mir das so anschaue. Hier gehen wir wieder zurück zum Lagerfeuer. Und der Sturm hat was dagegen. Ja, vor allem bei dem Wetter hier ein Feuer anmachen ist bestimmt auch total easy. Wie mit hier Schnee, Nassen, Holz und... Aber es hat geklappt. Aber es hat geklappt. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Und was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut Ihnen. Trinity. Ah, okay, cool, Bogen. Juhu. Wobei, wir hatten ja eine Knarre eigentlich, ne? Aber das war nicht hier, ne? Das war also der Entzündung. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich, ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Hm, okay. Ich habe mir das mal kurz durchgelesen. Anscheinend gibt es verschiedene Outfits auch für Lara. Und je nachdem, in welcher Umgebung sie sich befindet, macht es dann auch Sinn, wenn man das Outfit hat, das dann entsprechend anzuziehen. Kriegt sie anscheinend für Spezialmissionen entstande irgendwas. Müssen wir mal gucken. Bin ich gespannt. Freue ich mich schon. Und es stand auch irgendwie kurz, wenn ein neues Gewehr oder so. Goldfang? Stand da irgendwas? Keine Ahnung. Glaube ich ja nicht, dass wir uns das jetzt hier in der Wildnis basteln können. Und den Langbogen, der geht natürlich. Und den können wir anscheinend auch aufrüsten. Allerdings haben wir natürlich da noch nicht allzu viele Materialien. Also irgendwie vorne der Totenkopf geht dann wahrscheinlich. Müssen wir mal schauen. Da brauchen wir Leder und Holz. Keine Ahnung. Also da haben ein bisschen was haben wir. Das könnten wir. Und macht mehr Schaden. Ja, würde ich fast sagen. Das machen wir vielleicht auch gleich mal. Das probieren wir mal. Ja. Ja, finde ich schon mal ganz cool. So, Waffeninventar. Schauen wir da auch gleich mal rein. Munition. Pfeile oder was? Ah, Geräusch. Oh. Geräuschlose Pfeile. Das wäre natürlich auch cool. Da brauchen wir allerdings irgendwie Federn. Und da haben wir noch nichts. Ressourcenminister. Gewöhnlich exotisch. Okay. Okay. Ja gut, da müssen wir halt mal schauen. Also ich denke, da werden wir im Laufe des Spiels da noch so ein bisschen Sachen uns herstellen müssen. Und Köcher. Ja, ist natürlich dann auch cool. Da haben wir bestimmt noch mehr Pfeile und so weiter. Eine Tasche. Rucksack. Okay. Ne, da müssen wir halt mal schauen. Also ich... Da fehlen uns jetzt natürlich noch jede Menge Materialien. Aber Fähigkeitenpunkt haben wir ja einen. Einfähigkeitenpunkt verfügbar. Das heißt, wir können den wahrscheinlich hier in einen von diesen drei Dingern stecken. Jäger- und Plünderfähigkeiten. Nahkampf-Heilungsfähigkeiten. Und Fertigungs- und Erkundungsfähigkeiten. Hm. Hm, 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 hm. Nahkampf und Heilung. Heilung wird vielleicht dann schon auch noch wichtig, ne? Dickhäutig. Hm, das sollte man vielleicht auch wirklich gleich mal machen. Komm, das machen wir. Ich will zwar auch in die anderen dann hier noch Punkte investieren. Da können wir ja mal schauen, was es das so gibt. Beim Plündern durch Bögen feine Pfeile zu bergen. Ah, ne, das wäre natürlich jetzt vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Naja, gut, ist egal. Wir werden sicherlich noch mehr mit dem Bogen dann rumtun. Und schnellere Herstellung, ja. Naja, Brandbomben, na, wäre natürlich auch nicht schlecht. Naja, schauen wir mal. Wir hatten jetzt ja nur einen Punkt. Schnelle Reise. Nutzen Sie schnelle Reise. Wir konnten bereits für suchter Gebiete. Unseren Sammeln versteckter Belohnungen. Ja, sehr gut. EP haben wir auch gekriegt. Uns ist jetzt auch schön warm. Neu Dokumente freigeschaltet. Schauen wir mal. Was ist jetzt? Erfolg freigeschaltet. Ach so. Ah ja, beim Feuer können wir so praktisch immer in das Inventar-Ding und so können wir uns hier umziehen machen. Wobei es hieß ja irgendwie, dass wir auch uns andere Sachen... Was ist denn das dann? Ist das dann dein Inventar? Andere Klamotten? Vorhin in dem ersten Bildschirm, da hatte ich... Was ist das hier irgendwo? Da müssen wir mal ganz kurz schauen. Holzkreuz, Ressourcen... Ah okay, da sieht man auch, was man so hat. Wir haben nix. Doch, ein Fell und hier Hartholz. Naja, nicht so spannend. Und da geht auch nix. Okay, dann schauen wir einfach mal. Wir müssen ja irgendwie anscheinend da runter. Vielleicht können wir auch gleich ein bisschen Ressourcen sammeln. Wo ist denn jetzt noch abgeleuchtet? Genau. Das machen wir gleich. Wir nehmen auf jeden Fall mal mit, was geht. Weil wenn die das schon so prominent einem zeigen, dass man da alle möglichen Sachen herstellen kann, habe ich keine Lust, dass uns dann direkt hier unter Ressourcenmangel leidet. Deswegen, wir nehmen mit, was geht. Außer es wird dann irgendwann zu viel anstrengend. Also ein bisschen Holz. Das habe ich auf jeden Fall schon mal nicht verstanden. Das brauchen wir bestimmt dann für Zeile und so weiter. So cool. Ah, und ihr habt ja hier auch nicht mehr diesen blauen Leuchtdingen, sondern... Jetzt ist es auch ein neuer. Sehr gut. Ah. Vielleicht ist ja dann auch irgendwie, dass ihr sagt, ja ne, fünf Holz hier im Ergebnis. Oh ja, die leuchtet ist doch auch. Kann ich da nichts machen? Also ich hätte es ja gedacht, da muss ich dafür erst irgendwas herstellen und das sein. Also da irgendwas, ne Axt. Brauch oder so. Ah, oder nee, ich muss hier hoch wahrscheinlich. Oder kann das sein? So cool. Haha, wie sie da oben drauf steht. Ja. Ne, bleib ruhig drauf. Ich würde sagen, wir versuchen mal hier rüber zu springen. Oh, da oben ist ne Kiste. Kiste ist noch gut. Gehen wir uns da mal nach oben. Okay. Cool. Ah, Federn. Ja, sehr gut. Federn haben wir ja gebraucht für diese Pfeile. Und da, noch mehr Federn. Juhu. Ja, genau. Kann man Waffen verbessern. Kannst du jetzt da auch hoch? Ne, kann sein. Aber hier ist irgendwas. Ah ja. Ja, sehr cool. Uh. Oh nein. Nein, nein. Ich bin doch hier aber gar nicht mit dem Looten fertig. Was ist denn das? Muss ich mir das auch noch anschauen. Oh scheiße. Was war denn das?